Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie will ich mich mal reinlunzen? Ich will mich vielleicht mal reinlunzen. Boah! Boah! Boah, ja, das ist so geil! Ich kann's ja nicht geben, du verstehst das nicht. Ich weiß, aber... Ach, selbst. Boah, ich hab' nie dich gewonnen, das ist gut. Du verstehst das sicher nicht. Ich hab' auch nicht. Aber jetzt... Jetzt fisch dir auf. Ich geh auf, jetzt ist die Zeit. Nein, man muss noch mal draufholen. Ich weiß nicht, welchen Status-Hacker sie ist. Ja. Jetzt geh' alle drauf. Ich hab' kurz Rufu erlernt. Jetzt hat er aufgekommen? Ich hab' kurz Rufu erlernt. Manuel, geh vor. Kein Problem. Na schon, aber ich will noch mitgeben. Ich will noch mitgeben. Das ist gar nicht der andere Seite. Ja. Weil er mitgeht, ist er aus Mitgas. Ich bin aus Mitgas. Ich glaub' ich bin aus Mitgas. Deswegen ist er, dass aus Mitgas mitgeht, und gehst du an Mitgas. Wenn jemand mitgeht, dann ist er. Und du bist in Mitgas geworden. Echt? Das ist ja auch mitgekommen. 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 Ja? Das ist mein Reimer. Michl! 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 Schau mal kurz. Schau mal nur kurz raus. Du musst das jetzt mal raus. Meinen Hund ist ein Arschloch. Wenn du ihn jetzt nimmst, legst du den morgen nicht mehr raus. Ist ja mal schlecht. Und los! Ja, ich kann uns solche in euer Zimmer. Komm mal, du musst uns rüber. Gib mal ganz kurz den Aya, zieh mal rein. Na ja, mach nix. Ich lieg da und beobachte einfach mal was passiert. Müssen wir jetzt schon schlafen oder was? Nein, muss man nicht. Mach mal irgendwas Lustiges. Ich mach nie irgendwas Lustiges. Der Braun, den selbst wird so nicht drüben schmecken. Weißt du, was er auch gesagt hat? Wie ich die Tür zu gemacht habe? Weißt du, wen man doch nicht bei uns nennt? Bei uns nennt man das Schleuse. Eier! Mach irgendwas Lustiges. Mach irgendwas Lustiges. Ich mach nichts Lustiges mehr. Ja, du musst aber was Lustiges machen. Warte mal. Jetzt könnt ihr ihn ausziehen. Ja, du hast keine Ahnung. Wir machen nichts Lustiges mehr. Ja, du hast keine Ahnung. Ich will den Passiv-Ausungsdauer. Ich bin ein Passiv-Ausungsdauer. Schöner laden, der mag das. Oh nein. Wer ist fauler? Ich rechte. Scheiße. Ups. Ich hab auch noch einen Aros. Nein, ich geh den einen weg. Willst du mich noch ein bisschen? Nein, dann hab ich gar keinen mehr. Ich hab gesagt, boah. Oh mein Feuer. Ich hab keine Gurke. Keine Gurke. Überreichen. Wenn man einen Nippel sieht, dann soll ich. Ich hab keine Gurke. 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 Und alles. Zwei. Drei. Ich hab keine Gurke. Eine Gurke überreichen. Das war sicher ein tolles Match. Obwohl ganz oben angestellt wurde. Das hätte ich was. Boah. Das ist so viel. Das muss viel extremer sein. Nein, du musst nicht aufhalten. Ja, recht. Nein, ohne Hände. Oh nein, ohne Hände. Hahahaha. 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 Boah. Er hat ruhig geklatscht. Das muss so weh tun. Das muss so weh tun, halt. Hahahaha. Ich hab ruhig geklatscht. Ich hab seinen ganzen Bein in einer Hand gehabt. Hahahaha. Und das auch noch in Liebgeschwindigkeit. Hahahaha. Und ohne Dreck als der Öpfer. Hahahaha. 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 Michi. Du kommst in den besten Familien voll. Vor allem dort. Michi, das war ich cool. Ich hab den ganzen Schwanzhaut alles in einer Hand gehabt. Nur in halt in Liebgeschwindigkeit. Hahahaha. Richtung Orschke. Das muss ich an die Rogan oder? Rogan? Aha. Was ist Rogan? Markus Rogan? Ahja. 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 Du fühlst dich eigentlich den ganzen Tage. Oh nein, ich brauch dich Rogan. Du hast Allah. Ahaha. 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 Sag ich Allah. Ahaha. 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 Das ist besser Salah. Ich noch einmal erzählen. Es ist echt warm. Also wirklich warm. Es ist nicht nur warm warm, sondern warm. Es ist schon sehr warm warm. Das ist schon sehr warm warm. Ach der Sinn bleibst du da, oder? Nein, ich geh erst schlafen rüber. Zum Glück, wenn ich nur in einem Zimmer wo nur zwei sind. Aber nicht vier Schwuchtel. Nein, in einem Zimmer wo nur vier Schwuchtel. Schwuli. Nein, die Schwuli ist nicht Schwul. Ja, das ist das erste Mal. Platz zu erreichen. Dann werden wir das schon schaffen. Voll glücklicher Zeit muss. Was passiert jetzt? Ja, dann hast du wieder solche Schwulen Orks unterwegs. Schwulenwichser. Was passiert jetzt? Woher? Komm her. Ja, ja. Ich weiß, dass es eine schwule macht. Ah, ja. Was passiert jetzt? Ja, was passiert jetzt? Ja, was passiert jetzt? Ja, ja. Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hey, das ist... Was ist denn los? Sind wir schon voll schlafen gegangen? Was ist denn los? 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 Du hast mir bei dir nicht gesagt, du willst schlafen gehen. Ja, und wieso? Wieso tun wir das nicht? Du hast mir gesagt, dass wir das nicht tun sollen, weil wir das sonst tun. Mein Hund sagt mal. Ich bin keine blöden Wurstlöcher, ich bin eine Katze. Sollen wir dir noch mal so extrem in den Hund sagen? Was ist denn vorher? Nein, aber... Bei allem in Diebe. Ja, genehmigt. Nein.